Mit dem ExpertCheck 7 Plus haben wir unser Inspektionsprogramm jetzt auch auf Maschinen ausgeweitet, die zwar nicht mehr bei uns in der Produktion sind, aber sicherlich noch bei Ihnen im Einsatz. Die ExpertCheck 7 Plus Prüflisten basieren auf den jahrelangen Erfahrungen, die wir mit den Maschinen gesammelt haben. Als Ergebnis erhalten Sie einen detaillierten Zustandsbericht Ihrer Maschine. Für eine zeitwertgerechte Reparatur bieten wir ein alternatives Ersatzteilportfolio mit Kostenvorteilen von 20 Prozent oder mehr. Ziel ist es, dass die Maschine noch viele weitere Jahre sicher und effizient läuft.